Ja, das ist jetzt hier schon die Menschenkette um den Bodensee hier in Konstanz, ohne Hände halten, mit Abstand sozusagen. Die Freunde von mir aus Nordrhein-Westfalen, die sind, weil da wohl noch großer Bedarf war, jetzt auf dem Parkplatz der Insel Mainau gefahren und ich werde mich hinten am See jetzt einreihen, weil ich ja heute noch weiter muss. Also ich finde, das ist schon ein wunderbares Zeichen. Ja, und das allein finde ich wirklich, ja, dafür lohnt es sich schon, hierher gekommen zu sein. Ja, ich sage mal an anderer Stelle zu den Kundgebungen und Demonstrationen dann noch mehr dazu, weil es gab natürlich auch diese Gegendemo mit Abstand und Maske gegen Faschismus und so weiter. Also das ist dann alles doch noch sehr, da hat man einfach das Gefühl, die Erde und die Menschen sind eben noch jung. Die Menschen sehen. Ist jetzt nicht arrogant gemeint. Also ich gehe mal hinten an den Bodensee und reihe mich da ein. Herzliche Grüße von mir.